Kli-klar, Klassiker. Wir sind ready. Schweig, Bayern. Der Tabellenführer betritt den Raum. Der Tabellenführer ist nicht mehr lange Tabellenführer, mein Lieber. Na, aber sichi-michi, lockere 7 zu 2. Und natürlich, dann lache ich mir doch das morgendliche Weißbier aus den Ohren, Kollege. Ja, Dortmund, also, wird nicht passieren. Wird wohl passieren. Dieses Jahr ist unser Jahr. Na, was meinst du? Wer gewinnt den Klassiker? Oder der FC Bayern?